Was geht Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute eine neue Folge von Roblox, aber mit Sam and Rick. Yeah, was geht ab, Mann? Es ist schon lange her, es ist nicht das letzte Mal hier, aber... Das stimmt, das stimmt. Das ist halt wirklich so... Das Video, was mit Jason und mir rauskam, ja, das war... Von einem Monat hochgeladen, aber wir haben es am Monat... Ja, wir haben es am Monat aufgenommen. Ja, genau, das war dieses YouTuber-Bewerten, genau, wo wir Roblox-YouTuber bewertet haben. Oh, Mann, Alter, ja, das war aber auch cool. Und jetzt machen wir eigentlich schon was ähnliches wieder, denn heute suchen wir die YouTuber-Let's-Pro. Genau, hier seht ihr, wie viele YouTuber es sind, also insgesamt 30 YouTuber. Und ich habe mich selbst schon gefunden. 28, oh ja, ich habe dich auch schon gefunden. Alter, du hast aber eigentlich voll den Premium-Platz bekommen, weißt du? Du bist direkt an der Tafel, wo jeder hinguckt. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ich habe mich tatsächlich auch schon gesehen, aber ich bin voll langweilig versteckt, Alter. Also ganz, ganz ehrlich, hier an den Besitzern von dem Spiel, ja, ich möchte auch besser versteckt werden. Das ist ja wohl... Gut, ich weiß, Nila ist eine schwere Farbe, ja? Ich habe mir noch gar nichts mehr angeschaut. Ich würde das alles hier mit den Zuschauern erleben. Hier ist eine mücke, ich bin weg, verschwinde. Okay, auf jeden Fall, ich würde sagen, wir fangen an mit dem Strand. Hier ist ein Strand, wie ich sehe. Ich gehe auf jeden Fall mal mit dir. Ich weiß leider schon ein paar Sachen, wo die sind. Ich weiß nicht, ob ich alle... Lamy, ich habe Lamy gefunden. Oh, Lamy, Lamy, was geht, Mann? Ey, Lamy und ich werden heute noch Verstecken aufnehmen. Das stimmt, die werden noch Verstecken aufnehmen. Das heißt, schau doch mal bei Sally vorbei, das heißt, die Tage kommen, die mich verstecken bei ihm. Okay, ähm... Ja, wahrscheinlich morgen sogar. Ähm, nee, wobei dann heute sogar... Stimmt, ja, hier ist Abaok auf jeden Fall. Da kannst du eine eigene Obby machen für den. Lol. Lol, hä, wie cool. Der hat sogar eine eigene Obby bekommen, weißt du, und hier nicht. Ja, ist ja voll langreich. Hallo Abaok, wie geht's? Ihr seht natürlich hier oben irgendwo eingeblendet, wie viele YouTuber wir schon gefunden haben. Das ist nämlich, glaube ich, am besten. Ah, zurück, okay. Ja, ja. Wow, wow, okay. Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Finde ich auch ganz gut, glaube ich, wenn man so sehen würde, wen man schon gefunden hat und wen nicht. Das wird es dann ein bisschen leichter machen. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ähm, wo bist du überhaupt hin? Ach, da, ja. Ich bin hier neben dir. Gibt es da keine? Wer ist das hier? Hier gibt es noch... Ich weiß, ich kenne die tatsächlich nicht. Hier ist Wine, Wine, Wine steht da bei mir. Ja, was? Wasser, Wasser. Hier ist der gute alte Jojo Craft, ja. Oh, der gute alte Jojo Craft, ja. Achso, hast du Ente geholt? Nein. Der ist hier unten, hier unten ist der das Icon unter dem Wasser. Warte, was? Ja, das ist Ente. Wie kann ich ihn finden? Hä, du musst ihn einfach anklicken oder, glaube ich, so ein paar Mal mit dem Kopf gegen rein. Achso, Ente, Ente, ja, genau. Da kommt dann Spot Ente auf einmal so. Voll cool, voll cool, auf jeden Fall. Ich finde, das ist so kreativ, auf jeden Fall. Okay, dann gehen wir mal hier in die Höhle. Versteckspiele, so. Ja, das stimmt, das ist wirklich cool. Oh mein Gott, da habe ich wieder schreckt. Alter, aber hier ist Chaosflopper 44, 100k geschuft und so. Oh, hier ist sogar eine Botschaft, Danja und Kahn waren hier. Ja, das habe ich auch so mitbekommen, sozusagen. Die haben da schon ein Video drüber gemacht und so. Habe ich sogar gesehen, also teilweise. Ähm, oh, loll. Okay, aber hier ist ein Teddy mit Danja. Achso, ja, sie haben eine eigene Hobby bekommen. Ich will auch eine eigene Hobby. Oh, nice. Ich glaube, die Hobby wurde von AA Way TV gemacht. Gib mir eine eigene Hobby. Ja, man, wir können alles fordern, ja, wir machen Werbung für das Spiel indirekt. Genau, wir machen Werbung für das Spiel. Wenn ihr das selber spielen wollt, hier steht wahrscheinlich in der Beschreibung. Ähm, hast du nicht schon gesehen? Oh nein, ich muss nicht die Schreiben packen, Cedric. Nein, ich habe es tatsächlich noch nicht gefunden. Hast du wirklich noch nicht, Aruna? Aber hier ist, glaube ich, ist das Kahn? Oha, hier ist Alphastein, glaube ich. Ist das Alphastein? Bist du gerade in diese Hobby reingegangen? Ah, stimmt. Ah. Kann ich jetzt wieder hoch? Ah, ah, ah. Okay, ja. Ich bin in die Lava gefallen. Okay. Ich habe irgendein Logo gesehen unter der Lava. Alter, da war irgendwas, was ich gesehen habe. Ja, das ist, glaube ich, Kahn da hinten. Der hat auch eine eigene Hobby bekommen, ey. Oh, Cedric. Cedric, ich habe dich gefunden. Ich habe dich gefunden. Ich bin auch der offensichtlichste. Hier ist Cedric. Als ob das keiner sehen würde hier. Ich bin einfach voll in dem Ding da drin. Oh, da ist ja auch noch einer. Wir sind die einzigen beiden YouTuber, die in Deutschland hier, glaube ich, die Roblox machen, die irgendwie die Farbe Lila für sich entdeckt haben. Und deswegen sind wir, glaube ich, beide hier. Ich habe das Gefühl, ich habe am Strand noch nicht jeden gefunden, oder? Am Strand war ich noch fast... Also da haben wir Amok und Lamy, glaube ich. Ja, ja, eben. Genau, genau. Ah, da ist noch hier... Hä? 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 Was ist das? Ach, lol. Ach, lol. Man muss schwimmen. Ich dachte, man muss auf diese Schwimmreife... Ja, habe ich auch gerade versucht. Okay. Jetzt habe ich Ozeanen-Royale gefunden. Ozeanen-Royale? Ozeanen-Royale, ja. Okay, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Aber das war es. Ball. Ich glaube... Ah, lol. Lol, auf den Ball ist Emily drauf. Lol. Emily ist einfach ein Ball. Echt? Ja, guck mal her, guck mal her. Wenn du den zweiten Ball berührst, dann siehst du da Emilys Gesicht drauf. Stimmt. Das ist easy cheesy. Oh, echt jetzt? Ja, ich habe gerade einen... Badge bekommen mit easy cheesy. Okay, gut, dann ist es easy cheesy. Ja, gut. Passiert. Das ist Emily, die Skins vor den Seelen. Irgendwie ist es ein bisschen ähnlich. Ja, das stimmt schon. Hier ist doch ein Schwein. Hast du das gesehen hier? Das ist ein Schwein? Oh, oh, nein. Oh, oh. Oh, oh. Dann ist aber auch noch mal irgendwas, oder? Was ist das? Das ist Sandy Raul, glaube ich. Echt? Sandy Raul, ja, genau. Das ist Sandy Raul. Raul? Das ist der Raul. Okay, ich gehe schon nur durch den Wald und werde hier ganz entspannt. Lifts HD entdecken. Hallo, Lifts, wie geht's dir? Wie geht's, wie steht's? Ach so, im Wald, Wald. Okay, dann komme ich auch da kurz vorbei. Okay, hier ist auf jeden Fall ein Loch, aber da warte ich noch. Oh, hier ist noch jemand Jason im Busch drin, im Spawn. Ja, ich habe gerade noch Victor gefunden. Felix Seid oder so, ich weiß es nicht. Oh, hier ist auch noch jemand. Wer ist das denn? Das ist Danny Jeston. Danny Jeston, ja, stimmt. Okay, dann haben wir den auch gefunden. Oh, oh, hier ist auch eine Falltür. Ja, das habe ich auch, das habe ich schon gesehen. Ich bin in den Bergraum Jason. Hilfe. Oh nein. Oh nein. Ich bin irgendwo reingefahren. Oh Mann, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, dann gehen wir einfach hier. Okay, jetzt geht's. Oh, lol, hier ist die Sackgasse. Okay. Okay. Alter, was ist das für lange Wege? Boah, hier geht's ja richtig weit. Ja, irgendwie voll komisch hier, diese Wege. Du kannst ja 30.000 Meilen lang laufen. Du wurdest aus dem Spielerlebnis gekickt. Warum bist du hier? Ich bin zu einer Person gelaufen und da stand, warum bist du hier? Ich auch. Lol. Alter, voll der Prank einfach. Wir wurden einfach geprankt. Wir wurden aus dem Prankrums gekickt, lol. Okay, Leute, nach 1.000 Mal, dass wir gekickt wurden, gehen wir in den Kürbiswald. Okay. Ah, hier ist Roblox Paul. Echt, wo denn? Da ist hinter dem Baum. Achso, da. Da, oh mein Gott. Alter, den erkennt man auch wirklich nur. Kommt der da hoch? Ja, der kommt durch. Nee, ne Karotte, die gezogen wird, Alter. Ja, genau. Wer's nicht wusste, Vitamin ist ne Karotte, ja. Ja, das stimmt. Und Zedrig ist eigentlich ne Kartoffel. Was? Nein, du bist ne Kartoffel. Du bist ne Kartoffel. Was ist das hier? Warum ist hier ein Knopf? Okay, ich hab Dr. Banks gefunden. Oh, okay. Alles klar. Benzenheimer, let's go. Yeah. Okay, aber jetzt müssen wir wieder zurück. Das heißt, wir müssen wieder da hinlaufen. Aber wir haben noch gar nicht so viele YouTuber gefunden, oder? Ich bin mir gar nicht sicher, wie viel haben wir denn schon gefunden? Also, hast du mitgezählt vielleicht? Nein. Nein, hab ich nicht. Vielleicht tun soll, es wäre gar nicht mal so blöd gewesen. Aber jetzt die Leute sehen uns im Video. Wo? Ich hab Aerosol hinter dem Kürbis sitzen. Hier hinter den großen. Aha, da ist Aerosol. Oh my God, okay, let's go. Ähm. Hm. Oh, jetzt hier bei dem Kürbis. Das ist Conny. Conny ist im Kürbis drin. Oh, ich hab jemanden gefunden, Zedrig. Echt? Nee, das ist gewunden. Am Anfang hier, das ist Pharoos. Den hab ich schon. Ich hab auch irgendwie der dauernden Sinn. Jedenfalls, äh, die erste Dings haben wir jetzt schon abgehackt. Warte mal. Ah, ich hab, äh, wer ist das denn hier? Ich habe, ähm. Wo bist du? Ach so, oh mein Gott. Oh, das ist Osten-Berliner. Medina. Ja, dann. Die ist hier ein bisschen hinter. Nice, perfekt. Nice, wir haben Osten-Berliner gefunden. Das ist cool. Das ist Viktor. Oh, den hab ich jetzt auch. Ja, den hab ich aber auch schon vorhin gesehen. Ah, hier, hier, genau. Hinter dem Baum, da ist der Kopf von Tjulfa. Oh, stimmt. Okay, dann haben wir den auch gefunden, würde ich mal sagen. Äh, hab zwar noch nie was von dem gehört, aber wir haben ihn gefunden. Ja, ja. Sagen wir, glaube ich, jedes Mal. Und wir hören da immer wieder was über den. Ähm. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber gibt's hier sonst noch irgendwen? Hallo, ich hab Bapo gefunden. Wo ist denn Bapo hier? Ich bin, ich bin hier durch den Pilz durchgelaufen und hab einfach das Intif für Bapo bekommen. Aber ich sehe hier überhaupt kein Bapo. Wo bist du? Ach, da. Hier, hier bin ich, hallo. Da, da, ich bin da durchgelaufen und dann hab ich auf einmal Bapo bekommen. Hä, ich hab auch Bapo bekommen, aber da ist Bapo doch nicht. Doch, da, da. Da ist ganz klein. Hallo, da im inneren Punkt von dem Pilz. Ja. Ja, wieso, wir gehen denn hin? Alter, der ist ja verstecktes Todes, ey. Das ist ja heilen Siegel, Alter. Sager Dreck, wo bist du? Ich bin hier oben. Hallo, was geht's? Hä, woher bist du denn gekommen? Ich kann fliegen, weil ich Gott bin. Oh, ich, äh, zufälligerweise könnte das eigentlich auch, aber ich hab keine Ahnung, wie das funktioniert. Das machen wir das jetzt nicht. Jason, ich hab übrigens Lars gefunden, ne? Okay, Lars gefunden? Und ich werde ihr dir jetzt zeigen, Jason. Wo muss der Lars übel schwer versteckt? Okay. Okay, er ist hier drin? Okay, nee, da drin ist er nicht. Ich kann ja sagen, er ist in diesem Gang. Auf was? Auf was für die Idee müsste es nur kommen. Ja, pass mal auf. Siehst du diesen Stein da? Diesen Stein hier, wo ich gerade stehe? Echt? Echt, Leute, bist du am guten Tipet? Ja, hier ist das. Ja, ich hab gesehen, dass mein Maussecker sich geändert hat, glaube ich, geblickt. Ja, Mann, und sogar ein richtig schwerer. Also Lars ist, glaube ich, der schwerst versteckteste von allem gewesen. Das kann sein. Okay, Leute, Cedric hat mir nochmal gezeigt, wo hier Centex sich befindet. Der ist hier einfach irgendwo an einer Wand. Lara ist im Wasser. Das heißt, beim, beim, beim hier hinten? Beim, beim Strand? Okay, okay. Okay, dann achten wir jetzt mal ganz genau auf die Wände. Ja, lass, lass, lass. Oh mein Gott, ich hab sie schon gefunden. Ach, komm, hier. Hier ist sie. Oh, Mann. Und damit würde ich sagen, danke, Cedric, dass du heute in dieser Folge dabei warst. Und auf jeden Fall würde ich sagen, das war's dann für dieses Video. Also unbedingt einen Daumen nach oben da. Falls ihr mehr Videos mit Cedric haben wollt, schreibt Kommentar bei Cedric. Und schaut bei Cedric vorbei. Vergiss das nicht, weil, was kommt bei dir jetzt? Genau, nämlich Heidens Sieg kommt bei Cedric jetzt die Tage. Ich glaube, wenn das Video online kommt, dann ist das Heidens Sieg-Video schon raus. Auf jeden Fall, Leute, würde ich damit sagen, das war's. Haut rein und ciao. Auf jeden Fall, ciao.